Jo Freunde, was läuft, was geht? GambleJuie ist zurück. Eine neue Folge. Heute Runde Sword of Cards. Ich befinde mich wieder im Seven Science Casino. Letzte Mal ein bisschen abgedreht. Leider nicht wirklich was geholt, sondern mit Miese rausgegangen. Gucken wir mal, ob es heute besser wird. 20er Sword of Cards. Wir gehen rein, mal schauen, ob das eine gute Idee ist. Ich teste mal an, wie wir reinkommen. Seht ihr, wenn das Licht angeht. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Und dann gucken wir mal, ob es heute was gibt. Ja, auf 20er ist es zu hart wieder. Es ist zu hart. Ich gehe auf 10er runter. Wenn da nichts kommt, ey, auf 20er ist es direkt weg. Catch mich jetzt irgendwie nicht so. Ja, komm. Let's go! Ei, und zweimal voll. 250 Euro, nice. 270. Hab ich gar nicht gesehen. Ich war jetzt schon am Meckern. Direkt wieder in die Fries gekommen. Machen wir mal eine hohe Anzahl. Ja, okay. Machen wir mal keine hohe Anzahl, ne? Das lebt natürlich jetzt von einer Verlängerung. Mit 5 Spielen. Ich hoffe, wir gehen rein mit Verlängerung. Ja, komm. Muss er machen. Komm. Komm, mach, mach, mach. Okay, ich glaube, das sind die Schlechtesten, die wir je hatten, wenn er nicht verlängert auf den Letzten. Muss er eigentlich. Macht er nicht. Das waren wirklich die Schlechtesten, die wir je hatten. In 12 of Khans. Ja, klar. Total Win. Das war überhaupt nicht der Total Win. Ja. Ich glaube, der geht nochmal rein. Dann will ich gewappnet sein und auf den 20 spielen. Komm, geh einfach jetzt rein direkt. Ja, jetzt kommt. Oben. Tsch. Was wär's doch gewesen? Einfach verdient nach den letzten Freispielen. Wir haben mal so ein Fünferköpfe. Vierer hatten wir ja schon. Fünfer bei dem Game glaube ich noch nicht. Einsatz wird passen. Ich will nicht wieder auf 10er stellen, aber wahrscheinlich muss ich, ne? Jetzt hat er mich. Wer hat dran geglaubt? Ich selber sogar nicht. Aber gut, wenn die jetzt wieder so schlecht werden. Hohe, hohe, hohe. 7, okay. Mit 7. Und Ass. Gut. Ass ist gut auf Zwanni. So, 5 Dinger und fertig. Okay. Verlängerung. Ja, komm. Wenn du den ersten was kannst, verlängern. Komm. Verlängere doch einfach. Nice, Vierer. 600 Euro Zeit der Vierer auf Zwanni. Das ist gut. Wir brauchen die Verlängerung. Dann kann es hier richtig wild werden. 890 Euro bisher. Schade. Aber knapp 1000 Euro. Ist in Ordnung. Wir sind auch auf 2,4. Und zweimal reingekommen, immerhin, ne? Aber schade, ey. So kurz davor, dass der richtig austickt wieder, ne? Ein richtiges Potenzial dabei gewesen. Mitten in der Session bricht er ab. Ich denke, ich mache hier sowieso einen Cut. Und überlege mir, was ich als nächstes spiele. Also, der geht natürlich nochmal rein. Ja, Leute. Das war's für heute. Falls ihr auch mal zocken wollt, checkt die Links in eurem Videobeschreibung. Vergiss nicht, Glücksspiel kann sich nicht machen. Spiel bitte nur mit dem Geld, was ihr überhaupt. Haut rein und macht's gut. Euer Game mit Joey. Bis zum nächsten Mal. Ciao.